Im ersten Lebensjahr liegt sein Talent noch tief verborgen. Aber als David mit 4 eine Geige bekommt, legt er los. Und wie? Okay, aber sein Spiel verbessert sich rasant. Geigenstars wie Yehudi Menuhin sind von dem Wunderkind begeistert. Der Junge startet durch. Sein erster nationaler TV-Auftritt 1991 im ZDF. Ein Star ist geboren. David Gerritz. Und heute Abend ist er hier bei uns in Berlin und hat ein Lied mitgebracht, das vielleicht nie aktueller war als im Moment. Es ist ein Appell an die Solidarität und ein wundervolles Miteinander. Hier ist David Gerritz, You Never Walk Alone. Applaus Mister Gerritz. Wundervoll. Wunderbar. Will your dreams be touched and blown? Two seven. Walk on, walk on with hope in your heart. And you'll never walk alone. You'll never walk alone. Take it, baby, take it. You'll never walk alone. You'll never walk alone. You'll never walk alone. David Garrett! You will never walk alone. That's it. That's it. You're not. You're never. Vielen Dank.